Das heißt jetzt Kallax, übrigens. Ich weiß, aber ist kompatibel. Ja, ist kompatibel, aber auch lang nicht so stabil. Nee, das ist voll der Dreck. Es ist echt eine Frechheit. Ja, ich weiß. Mehr Pappe drin? Ja, weniger Pappe und... Weniger Pappe und weniger Holz. Da ist einfach mehr Luft, glaube ich, drin. Mehr Luft und verpackt von weniger Pappe und weniger Holz. Das ist wirklich frech. Das ist ein Dreck. Ich habe so ein sehr lustiges Foto gesehen von so einem 5x5. Das sind diese normalen Ikea-Regale. 5x5 Kallax-Regal oder sowas. Was bis zum letzten Kubikzentimeter mit LPs vollgestellt war. Das bricht doch zusammen. Und dann ist es auseinandergebrochen. Das heißt, so an oben links aufgegangen und so... Also ich habe an diesen Kallax-Regalen so ein bisschen rumgespielt. Du kennst es ja, wenn du so ein 5x5er Expedit hast. Und das ist jetzt halbwegs gefüllt. Und du musst es jetzt irgendwie 50 Zentimeter in die andere Richtung schieben. Dann nimmst du es in der Mitte und schiebst es. Geht. Bei dem Kallax würde ich mich das nicht trauen, weil da glaube ich der schiefste einfach... Und dann wird langsam so ein Parallelogramm einfach draus. Genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Meine Frau hat ja mal bei Ikea gearbeitet in der Küchenabteilung. Und ihre ganzen Kolleginnen haben gesagt, wenn irgendwie ein neues Produkt rauskam, ein Sessel zum Beispiel, die erste Generation kaufen sie nicht. Und dann die zweite kaufen sie nicht. Das ist ja wie bei Apple. Ja, wollte ich gerade sagen. Die erste hat so Kinderkrankheiten, die geht zu schnell kaputt und so. Dann kaufen sie die zweite, weil die dritte ist dann wieder, da sind dann die ganzen Sparmaßnahmen drin. Und die kannst du ja auch nicht mehr kaufen, weil das ist dann auch wieder scheiße. Aber man kriegt halt immer schlecht raus, wann jetzt so ein Sortimentswechsel ist. Also bei dem haben sie es zum Beispiel angesagt. Ja gut, das heißt ja jetzt auch anders. Aber das Expedit erste Generation mit dem Expedit letzte Generation hat ja auch nichts mehr viel miteinander zu tun. Nicht? Mit Sicherheit nicht. Da habe ich ja verschiedene Generationen von. Das wusste ich gar nicht. Siehst du mal, so ist es. Frag mal Gerrit mit seiner Küchenfront. Ach Gott. Ich habe ja, ich habe auch, als wir neu gebaut haben, da haben wir eine Küche gekauft. Macht halt Sinn. Haben wir auch beim Ikea gekauft. Und da meinte dann auch diese Planungsdame, so ja, ist gut, dass sie es gerade noch kaufen, weil wir haben jetzt noch, die Küchenserie heißt Faktum oder hieß Faktum. Genau. Und die wurde jetzt zu mir tot. Und dann hat sie gesagt, ist gut, dass sie die jetzt noch kaufen. Das wird kompatibel sein, aber ich würde jetzt erst mal die, ich würde jetzt gerade noch Faktum Sachen kaufen, wenn sie es können. Okay, machen wir. Läuft. Ja. Aber die sind nicht kompatibel. Faktum und. Ja, du kannst, du kriegst aber, du kriegst aber alles noch. Ja, ja, du kriegst alles noch. Das stimmt. Das meine ich, ja. Wir mussten nämlich auch noch schnell was zusätzlich kaufen für unsere alte Küche. Wir haben so eine Zeile noch dazu gekauft, bevor dann Method kam. Aber wir werden auch Ikea-Küche machen. Ja, weil, also. Die sind super. Die sind super. Also ich, ein Freund von mir hat sich für 12.000 Euro eine Küche einbauen lassen und reinplanen lassen vom Küchenstudio. Und, ähm. Nee. Also wenn ich schaue, was wir für die Küche bezahlt haben im Vergleich, wir haben sie selber eingebaut, das ist natürlich von Vorteil, wenn du das kannst. Ja, das ist natürlich blöd, wenn du nicht in der Lage bist, zum Beispiel selber Ausschnitte in die, in Küchenzeilen zu machen, das alles richtig auszumessen, das so einzupassen, dass es funktioniert. Und auch vorher den Raum so auszumessen und die Küche so zu planen, dass es nachher, das stimmt, was da, was du geplant hast. Aber wenn ich halt schaue, was wir, also selber, selbst obwohl wir zweieinhalb Tage gebraucht haben, um die komplette Küche einzubauen. Ist doch wurscht egal. Ja, selbst wenn du dafür jetzt rechnest, also angenommen, ich würde mir jetzt dafür einen Stundenpreis von 30 Euro zahlen, ist es immer noch so viel billiger gewesen, als wenn wir uns für 12.000 Steine in die Küche eingebaut hätten. Und wir hätten die Küche auch nicht anders, also ich hätte auch keine andere, großartig anders aussehende Küche mir einbauen lassen, nur weil es vom Küchenstudio kommt. Wir waren auch jetzt eben im Hausplanungsumfeld eben in so einem Küchenstudio bei Bullthaupt. Das ist ja so, da ist schon teuer. Ja. Und haben uns auch beraten lassen und die Sachen alles zeigen lassen und ich bin dann raus und habe mir gedacht, das ist alles so teuer, aber man sieht es nicht. Wobei die schon schönere Sachen haben als... Ja, aber nicht fünffacher Preisschöner. Das ist das Problem. Man sieht, es ist toll, es sieht gut aus, aber ich sehe nicht, wo diese fünfte Preisdifferenz herkommt. Und wenn ich die nicht fühle, dann gäbe ich es auch nicht aus. Besonders, weil du ja, also wenn du dir das mal anschaust, bei Ikea zum Beispiel, was die Qualität der Beschläge und so weiter angeht, weil die bauen ja auch ihre Beschläge nicht selber. Die kaufen ihre Beschläge ja auch bei wem auch immer ein, also bei hier Beschlagsfirma XY, die man so kennt. Machen die auch diese Hufeisen? Ja genau, für die Küchenpferde. Und von daher, auch zum Beispiel die Softclose-Mechaniken und sowas, die sind ja alle, das ist ja alles zugekauft. Das ist ja, mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein, verdammte Hacke. Sie wissen, egal. Ja, aber ja, also ich weiß nicht, ich habe mir das alles angeguckt, ein Gefühl, eine Krupplade auf und zu und es ist besser, aber der Preis, es passt nicht zusammen. Also was ich halt, ich habe natürlich auch diverse Ikea-Küchen schon hinter mir und die Elektrogeräte, also so vor allem der Herd und auch die Spülen und Armaturen und sowas, das gefällt mir nicht so bei Ikea. Also Elektroherd, wo einfach nicht genug warm rauskommt oder wo die Bedienung irgendwie schon, das ist meistens so Whirlpool-Quatsch. Das ist wirklich nicht so dolle, finde ich. Und auch so manch ein so rundes Waschbecken oder sowas, was du da kaufen kannst, sieht irgendwie nett aus, ist aber Quatsch. Auch der ganze Unterbau, was du so an Abfluss und Siphon und Zeug bekommst, das ist schon Müll. Äh, ja, also zum Beispiel die Elektrogeräte, das Schöne ist ja, die sind von den Einbaugrößen, sind die standardisiert. Das heißt, wir haben auch, wir haben zum Beispiel einen Gorenje-Herd und Gorenje- und Beko-Geschirrspüler, Einbaugeschirrspüler, der halt auch dadurch, dass das halt alles Standard ist, kompatibel ist mit den Fronten von Ikea. Bloom sind übrigens die Beschlägehersteller, von deren Ikea sie Beschläge machen lässt. Wir haben zum Beispiel eine Spüle vom Ikea, weil die uns gefallen hat und auch die Armatur uns gefallen hat. Und mein Onkel ist Sanitärmeister und hat sich das so angeschaut und meinte dann so, er hätte sich größeren Scheiß erwartet. Also, er war jetzt nicht aus dem Häuschen, aber er wollte halt wissen, was es kostet. Und dann meinte er auch nur, ja, da kriegst du halt nix von Markenhersteller. Ja, also wir haben jetzt seit sechs, sieben, acht, sieben Jahren die Spülmaschine von Ikea, die ist super, die geht immer noch, einwandfrei, nie Probleme. Wir haben auch den Herd, also den Herd, nicht das Kochfeld von Ikea. Da habe ich aber das rechts unten Modell genommen, den Ofen, Herd. Der Herd ist das Kochfeld, wo du drauf kochst. Bist du sicher? Pizza kommt in den Ofen. Ja, okay, dann ist es der Ofen. Ich bin nicht sicher, das kann auch Herd heißen. Witz und so, ihr Küchenpodcast. Das elektro, rechts unten Modell vom Ofen. Und da ist es halt so, der ist von Electrolux eigentlich das Modell. Und da, die haben so Vollauszugsschienen, die man sich, zwei sind dabei. Du hast quasi in diesen Korb, diesen ganz normalen Korb, wo du halt dann die Backbleche rein tust und dann kannst du zwei Vollauszugsschienen da noch rein machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte aber gern mehr. Und dann haben sie gesagt, ja, da gehen sie zu Electrolux, da können sie die nachkaufen. Und das ist ganz geil. Der Ofen hat 650 Euro gekostet und es waren zwei Schienen dabei, also zwei Paar dabei. Dann habe ich angefragt und dann kostet ein Paar 250 Euro im Nachkauf. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich mir nicht einfach noch einen Ofen kaufe und den ohne Schienen auf Ebay verkaufe. Weil das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das sehe ich ein. Habe ich dann nicht gemacht. Ich habe zwei dahin nur zwei, aber 250 Euro für die Schienen ist halt eine Frechheit. Ja, sehe ich ein. Aber kann sich halt Electrolux wahrscheinlich erlauben. Ja, bei Ikea-Küchen kannst du ja auch, ich habe mal eine gebaut, die hatte so relativ wenig Platz insgesamt. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre auch praktisch unter die Schränke auch noch Sachen stellen zu können. Also habe ich die schönen Edelstahlfüße gekauft, die tatsächlich irgendwie ganz hübsch sind. Und die hohen davon, da gibt es auch in verschiedenen Höhen. Ja, ich auch. Und dann kannst du halt noch Zeug drunter stellen. Aber wenn du dann halt irgendwie 18 Schränke mit jeweils vier von diesen Füßen ausstattest, dann zahlst du dich lustig. Ja, ja, klar. Deswegen, ich habe das ähnlich gemacht. Ich habe halt die hohen Kunststofffüße genommen und vorne die Verblendung. Also wir haben ein Paket, ein Holzpaket in der Küche liegen. Und ich habe dann einfach das Holzpaket hochgezogen. Damit sieht die Küche so ein bisschen aus, als würde sie schweben, was sehr hübsch ist. Und habe mir unter diese Schränke, da wo ich es gebraucht habe, Klappen eingebaut. Das heißt, ich kann an bestimmten Stellen, ich habe eine Schublade, da ist der Handstaubsauger drin, den kann ich dann da rausziehen. Der ist da in der Dockingstation, die ich gebaut habe. Und der lädt der halt immer, damit der immer geladen ist. Und ich habe so eine Klappe mit so einer Schräge, die nach hinten unter die Arbeitsfläche, also unter die Schränke hochläuft. Da kann ich PET-Flaschen reintun. Und die rollen halt immer nach vorne und stehen dann an so einem Stopper an. Das heißt, ich kann immer runter, kann mir hier die nächste Cola-Flasche rausnehmen, die anderen rollen nach. Und ich habe halt einfach unten so einen Griff, den sieht man halt nicht, weil das Ganze so ein bisschen... Das ist völlig absurd. Das ist voll gut. Das ist völlig absurd, was du da... Das ist voll super, weil wir haben halt an der Stelle, wir haben da sonst keinen Platz dafür. Ich würde da was reintun und es sofort vergessen, dass es da ist. Nein, weil du trinkst ja normalerweise auch was. Und dann, ich tue ja da nicht irgendwelche Sachen rein, sondern das ist halt unser Cola-Dispenser. Und wenn du die letzte rausnimmst, weißt du, okay, ich muss jetzt wieder Cola kaufen. Ja, aber du weißt doch auch, wenn du irgendwie, ich weiß nicht, nach dem Sommer eine Winterjacke wieder anziehst und du findest da einen 10-Euro-Schein drin, freust du dich wie bekloppt. Ja. Ich würde mich voll freuen, wenn ich da noch hinten so eine Cola-Flasche finde. Du findest sie nicht hinten, weil die kommt immer runter. Beim Ausziehen dann. Der Einzige, das ziehst du nicht aus. Nein, ich meine beim Auszug aus der Wohnung findest du es dann. Das wäre schön. Das geht nicht, weil das ist ein abgeschlossenes, da kann das nicht raus. Was ein bisschen blöd an der Sache ist, ich hatte das gebaut und hab dann so eine Halterung und das von außen verschraubt. Was ich nicht gesehen hatte, war, dass da auf der einen Seite, ich hatte 30 Millimeter Material, hab eine 30er Schraube reingeschoben und hab die ein bisschen zu tief rein. Es standen also so zwei Millimeter Schraubenspitze raus. Dann läuft die Cola raus. Dann schiebe ich so die Colas raus und plötzlich höre ich so, was denn hier los. Und plötzlich sehe ich, wie da unten so die Suppe rauskommt. Und dann habe ich natürlich dann die Cola da raus, die dann in alle Richtungen gesprüht hat. Aber es war ein bisschen ätzend, weil ich dann natürlich komplett unten alles abbauen musste und trockenlegen und ätzend. Aber dein Kühlschrank ist doch drei Meter breit. Warum stellst du nicht die Cola in den Kühlschrank? Es stehen schon immer zwei Flaschen Cola im Kühlschrank, so ist es nicht. Aber da kannst du ja nicht das ganze Sixpack reintun, weil... Aber dein Kühlschrank ist doch so absurd groß, du kannst doch da einfach drei Kästen reinstellen. Es ist immer noch Platz. Leider nicht, weil der ist wirklich sehr voll, der Kühlschrank. Ja, so ist es. Ich meine, der ist ja nur so breit, weil da ja daneben ja auch noch die Tiefkühleinheit ist. Ach so. Ausreden. Wenn beide Türen Kühlschrank wären und wir nochmal einen extra Gefrierschrank hätten, dann wäre das natürlich was ganz anderes. Nee, also unter meiner Küche kommt nix. Voll gut, kann ich nur empfehlen. Kommt ein Sockel ran. Aber mit der neuen Method geht das eh nicht mehr. Sockel ist doch... Ich habe jetzt Sockel. Ja, Sockel kann ich nicht empfehlen, weil diese Plastikklammern, die den Sockel an den Füßen halten sollen, die halten nicht. Die gehen halt immer kaputt, wenn du es falsch draufsetzt. Dann brechen die einfach ab. Das ist der totale Dreck. Kannst du aber insofern sehr, sehr einfach lösen. Du steckst den Sockel drunter und wenn da ein bisschen Spielraum ist, gehst du hin und lässt deine ganzen Schränke so einen Millimeter ab. Weil dann sitzt er nämlich fest und dann schiebst du ihn wieder rein. Kriegst ihn halt so schnell nicht mehr raus. Ich schon, weil ich mache die Klappe auf und kann ihn an der anderen Seite ziehen. Kein Problem. Aber das ist natürlich auch sonst nicht ganz ideal. Aber bei Method geht das nicht mehr, weil die haben weniger Sockel. Die Schränke sind höher, deswegen sind sie auch nicht kompatibel mit Faktum. Okay. Ja, gut. Es sei denn, du machst halt die ganze Küche höher. Ja, aber dann ist es sehr unangenehm. Gerade für kleinere Menschen. Das war... Es sei denn, du bist halt groß, dann hast du einen Vorteil. Ja. Aber es gibt ja Standardhöhen. Ich glaube, da musst du schon eigentlich viel höher gehen, dass du da noch was drunter kriegst. Das ist nämlich wirklich richtig flach geworden. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht ganz falsch. Ja klar, es ist eh verlorener Raum, außer man baut sich Cola-Klappen unten ein. Nein, nein, du kannst ja auch solche weißen Plastikwannen, die passen da zum Beispiel auch unter die alten ganz gut drunter, für Altpapier oder sowas reinstecken. Oder zusammen mit viel Dreck. Das ist doch immer Dreck. Das ist genau das Problem. Also, dass sich halt dann da unten Scheißdreck drin sammelt. Ja. Und das willst du halt eigentlich nicht. Das ist ja alles und Maulwürfe. Du kannst aber auch alles einfach, wenn das dann offen ist, kannst du da auch einfach den Rumba durchschicken. Ja, aber nicht, wenn Sachen unten drin stehen. Dann ziehst du einfach alle von diesen weißen Plastikboxen raus, schickst den Rumba rein. Nein, der Sinn an dem Rumba ist, dass ich mich um nichts fahre, dass der einfach fährt und das macht. Meiner hat zum Beispiel so eine Hier-Schmutzig-Taste. Du trägst ihn irgendwo hin, wo irgendwie deine Schuhe 50.000 Flusen verloren haben und sagst, hier aufräumen und dann fährt er diese Stelle ab. Genau, meiner auch. Ja. Und der hat Dirt Detection, das heißt, der fährt rum und stellt fest, hier ist es besonders drückig, dann fährt er da ein bisschen länger rum. Jetzt habe ich wieder Brummen auf. Jetzt bin ich vor lauter mit den Händenreden an diesen Stecker gekommen. Aha, aha, jetzt wird alles gut. Also nur der Stecker schuld, dass es hier brummt. Das ist echt schrecklich. Das sind Zustände.